ARD Text im Auftrag von Funk Lass mich weg! Lass mich damit! Ich hab'n Plan. Entweder wir gehen dabei drauf oder es wird die oberfette Poser-Story. Cool? Nein! Cool? Nein! Ich sagte es nicht cool! In drei... ...zwei... ...eins... ...drei... Spoiler-Alarm. Ich bin bei der CIA. Was? Ich brauche deine Fähigkeiten, um die gesamte freie Welt zu retten. Und deswegen muss ich jetzt dringend auf dein Handy urinieren. Nein! Welchen Wagen nehmen wir? Den nicht. Oh mein Gott! Oh Gott! Hast du gesehen, Bob? Ich hab's getan! Ja! 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 Spoiler-Alarm! Ich bin bei der CIA. Willst du mich verarschen oder was? Also Klartext. Bist du dabei oder raus? Na dann bin ich raus! Fakt ist, du bist dabei. Warum fragst du mich denn überhaupt? Weil ich dachte, du sagst, ich bin drin, Bob. Das wäre ein echt cooler Moment gewesen, aber jetzt hast du ihn irgendwie kaputt gemacht. Nimm die Kanone, wir müssen ein paar Leute abknallen. Einen Scheiß mach ich. Das wird dir gefallen. Wird es nicht! Ich brauche deine Fähigkeiten, um die gesamte freie Welt zu retten. Bereit? Nein! Hammer, dann los! Nein, ich sagte nein! 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 Ich erinnere mich deutlich gesagt zu haben, ich bin raus. Cool! Nein, ich sagte es nicht cool! Du warst der Allercoolste auf der Highschool! Das ist die totale Verwandlung! Du warst früher der fette Robby! Tja, aus dem wird wohl nie was werden. Mein Freund! Ich hab fast mich nicht an! Oh, Calvin, ich bin's Bob. Und woher kennen wir uns? Robbie Weirdig aus der Highschool. Das gibt's doch nicht, lass dich mal ansehen. Du hast ungefähr 100 Kilo abgespeckt. Wie hast du das gemacht? Das war eigentlich ganz leicht. Schieß los. Ich hab trainiert. Sechs Stunden am Tag. Jeden Tag. Seit 20 Jahren. Eins musste über mich wissen. Ich bin bei der CIA. Willst du mich verarschen, oder was? Lass uns los! Lass uns weg! Lass mich damit! Ich hab'n Plan. Entweder wir gehen dabei drauf, oder es wird die oberfette Poser-Story cool. Nein! Nein, ist gar nicht cool. Cool. Nein, ich sagte, es ist nicht cool. Nein! Vor drei Wochen wurde der Verschlüsselungscode für das ganze US-Satellitenprogramm gestohlen. Ich brauch deine ultrakrassen Buchhalter-Skills, um das letzte Puzzleteil zu finden. Du bist wie ein Schoko-Google. Boop, 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 boop. Boop, nicht. Hör auf damit. Hör auf. Du warst der Allercoolste auf der Highschool. Du bist mein einziger Freund Calvin und der Einzige auf der ganzen Welt, dem ich vertraue. Jetzt, wo du dabei bist. Bin ich nicht? Ich weiß, aber die denken, du bist drin. Bin ich aber nicht. Es gibt manchmal Abweichungen von Wahrnehmung und Realität. Ich bin raus! Welchen Wagen nehmen wir? Den nicht. Oh mein Gott. Oh Gott. Du bist freiwillig ein CIA-Spion geworden. Weil ich Schlägertypen hasse. Du bist wie Jason Bourne, nur mit Jeanshorts. Hast du gesehen, Bob? Ich hab's getan! Ich hab's getan, Bob! Ja! Ja! Früher hast du immer ein Rückwärts-Salto gemacht. Zeig mir dein Salto. Das war ganz knapp. Das sieht dann normal aus. Das kriegt was auf den Sack. Hier, hier, Mann. Das war ganz knapp.